Er ist Singer, Songwriter, Musikproduzent und Kartonist in einer Person. Udo Schöbel hat wirklich viele Talente. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. Einfach gut. Mit seiner Band Mini Beat Club rockte er die Kurt Krömer Show und erarbeitete mit Musikern wie Thomas D. zusammen. Wenn der passionierte Hutträger nicht die Radio 1 Radio Show musikalisch begleitet, kümmert er sich um den Soundtrack für die Sendung Kiekaninchen auf Kieker, textet und komponiert für die Sendung mit der Maus oder er denkt sich Filmmusik aus. Und er malt auch. In seiner Galerie Der Wiege des guten Geschmacks in Kreuzberg stellt Udo Schöbel seine Bilder aus. Ab morgen ist dort auch die Ausstellung Don't Give Up der Künstlerin Angelika Grossmann zu sehen. Die Ausstellung erzählt in ihrer inszenierten Serie One Room Different Lives tragisch-komische Geschichten, die das Leben schreibt.